Wir folgen einer einzigen Bestimmung, Vergeltung. Es gibt nur wenige auf dieser Welt, die mit größerer Überzeugung gelebt haben, als Sally Weißsträhle. Der Tod versteht es, die Gemüter zu besänftigen. Ich bin mir sicher, sie wird... Ich bin mir sicher, die Gemüter zu besänftigen, die Gemüter zu besänftigen. Ich bin mir sicher, die Gemüter zu besänftigen. Ich bin mir sicher, die Gemüter zu besänftigen. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.